Und wen haben wir? Oh, Lord Ara. Komm zu mir, Lord Ara. Yes. Job. Good job. Legits Griezmann ist auch dabei. Oh, Mist. Lord Ara ist bei den Gegner. Und Griezmann kann ich, glaube ich, auch schon. The Trail. Und die Partien, wo ich gegen ihn spiele. Wenn das so lange dauert, wird er mal. Uff, uff, uff. Oh, ey. Er probiert ihn noch mal, ne? Was geht hier schon ab? Ach, der nimmt mich weg. Uff, ich werde zurück ins Store geputet. Ja, okay. Ah, was war denn das? Was? Hat er? Ja, danke für den Switch. Doch nicht. Ach, Lord Ara. Betrayal. Verrat. Gute Faust aber. Ach. Das wird eine schwere Partie. Sehe ich jetzt schon. Ich habe nicht das größte Vertrauen ins Team. Ich habe ihn mal fest. Da ist doch wer. Ach, kommt schon. Mist. Weg mit dir. Guter Touch. Passt auch da. Das soll sich mal jemand auskennen. Komm schon. Walk it in. Ich lasse es hin. Ich lasse es hin. Ich lasse es hin. Will ich kein 80 sein. Randa schreibt da. Okay. Vielleicht wollte er, dass ich zurückgehe. Ne, ne, ich habe nur abgesichert. Deine Punkte passen schon. Oh, die sind ja durchgegangen. Könnte ein guter Durchschirm sein. Den hat er doch noch mal. Das schaut mir jetzt schon zu kompliziert aus. Wirklich. Ja, darf schießen. Okay. Okay. Was kommt jetzt raus? Uff. Der war unnötig. Na schau, wir haben ihn nach vorne gebracht. Das vielleicht auch nicht. Ein guter Pass. Hat er Spikes gehabt? Habe ich in die Spikes ruiniert? Oh. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Einfach vorbeigeupft, oder? Angriff. Oh, was ist denn irgendwo? Oh, was ist denn irgendwo? Uff. Rückzug. Oh, ja. Rückzug. Das ist immer her action of info. und drinnen nein schade ich hab's nicht mehr rein für den Defensivhacken nein schaff ich's nicht der Molter was für eine Parade hätte ich selber gemacht ich bin das ist sehr gut ich bin ich bin ich war ganz einfach ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin mir dann einen abgefangen die touches wenn kein was aber genau noch rechtzeitig aufgebraucht er hat was gekannt ich bin kein magneten spieler turn around grüßmann da geht noch mal naa da ist krass Oh je, ja. Oh, Stimmen, ups. Ah, schlecht raus. Lord Aura. Ah, meine Musik ist auch raus. Lord Aura? Nein, kein Lord Aura. Noch kein Pony, was ganz Neues. Oh, Lirisa auf Solo. Oh, ich mach'n Han Solo lieber. Ist jetzt schon klar. Also ist gut. Wir werden's sehen. Oh je. Uff. Oh je, ich glaub' das wird schon nichts. Oh je. Oh je. Das war ein perfekter Kick. Oh. Mich hat's schon ausgehängt. Bei den Magneten eigentlich schon ohne Ball einsetzen am besten. War ich sowieso nicht wert, was ich damit anfangen soll. Boost. Ja, sorry. Die Forlockung. Okay, aber ich war auch nicht besser. Direkt unter dem Ball gestanden da. Oh, der hat schlechte Kick-Offs. Oh, der hat schlechte Kick-Offs. Oh. Da kann ich im Dorf bleiben bei den Kick-Offs. Eindeutig. Oh, und jetzt macht er mal einen guten. Natürlich. Oh, ich mag mein Team nicht. Oh, ich mag mein Team nicht. Oh. Oh, so war ich unnötig. Oh, so war ich so specific war unnötig. Ja. Der ist vielleicht besser, der Bass. Ne, haben sie. Ich bin wieder ein Spike-Typ, ich schaue gar nicht hin. Naja, der war besser. Der Falten war besser. Hey! Ne, das sei 5. Wee! Tut, tut. Meiner, meiner. Enger Kick-Off. Keiner bereit. Okay, wird dann abgewehrt. Sehr schön. Nein! Surprise-Taktik. Ich habe nicht reinschummeln können noch. Ich habe nur booten können, aber es war nicht der Richtige. Oh je. Ah, genau, den Falschen gebootet. Ich bin überrascht, dass er nicht drinnen ist. Oh, ey. Kommt schon tief. Ja. Dann wird halt gecarried. Hilft ja nichts. Da muss man einen Ballschwein jetzt irgendeinem Store mal. Äh, ja. Spammer mal. Aber warum herunne ich wieder mit? Okay. Er hat eigene Kick-Offs, deswegen ist auch dort so interessant aus. Ich hätte die Fahrerfaust einsetzen müssen. Mist. Es sind alle da. Ich kann da gar nicht tupfen. Oh. Was machst du? Was machst du? Ah, der ist aggressiv, der Solo. Eindötiger Solo-Spieler. Ha. Ah. Ah. So, geht da gar nichts so weh. Kommt schon Solo. Oh, ey. Oh, warum musst du immer mitpushen, der Typ? Das sind drei Leute mitgepusht. Mit noch ein extra. Mit mir. Schatz. Ach. Sollte mich nicht wegen Stellungsspiel beschweren, aber. Bei denen darf ich ganz defensiv spielen. Ich schätze, ein schlechter Kick-Off. Fast neigen dort. Ich habe unabsichtlich Geflosen auch noch. Gehe ich mal abstimmen zum Abgeben. Schau die zweite hintereinander. Ohne Lord Arara. Jeha. Ja. Ja. Vielleicht finden wir noch so eine. Ja. Ohne. Ah. Okay. Ah, alles Unbekannte, aber ein ganzes Markenteam, wir haben dafür KKG Cool die Map, absolute Lieblings-Map von jedem wahrscheinlich. Ich spinne den mal so rüber, wer nimmt meinen Boost. Oh, mein Name drauf, eindeutig. Was tue ich? Ich dachte ich hatte ein paar Aufwärts für eine Sekunde. Oh, ich hab den Boost nicht. Oh, Mist. Oh, ja. Ich glaub nicht, dass er direkt gegangen ist. Ich übernehme den einfach mal. Nee, der wäre eindeutig auf die Stange gegangen. Eindeutig. Nicht der beste Kickoff? Oh, je. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Ich hab ihn geswitcht. Okay. Was hat er denn? Na gut, sehr dank. Puff. Das ist da drin. Der muss zuerst sein. Ah, Mist. Und wir haben uns alle, ich war auf jeden Fall nicht auf der richtigen Stelle. Wenn ich schon vom Stellungsspiel maule. Aber wir haben wieder eine Faust. Gute Dinge können passieren. Definitiv kein Booster für gute Dinge. Kaboomsen. Oh. Der war sogar perfekt geplant. Uff. Der kommt vorbei. Kann ich mir ein Boost geben? Ist egal. Oh. Oh. Das ist gerade in die Augen eingefallen. Die Tür-Explosion. Oh. Oh. Wie ein Moel Destructor. Oh. Oh. Komm schon, Jungs. Ich bin doch immer sauer, dass die eine fast nicht reingegangen ist. Oh, je. So extra. extra den Defensivhacken benutzen, weil ich gewusst habe, dass das zu knapp wird. Wer geht aber? Sehr schön. Den Store mit. Er ist drüber geflogen. Puff. Sehr gute Arbeit. Maroon 5. Oh. Maroon 5? Nein. Maroon 5? Maroon 88. 88. 88 ist kein gutes Zeichen. Oh. Sehr schön. Für. Für. Anschein. Für spiel können schon. Bin ich? Nein. Gut. Meister des Softtouches. Woo. Ach. Was für ein guter Bass. Komm schon, Jungs. Wo ist mein Lob? Kein Lob? Ich schätze, das schön war für mich. Von dem Gegner. Vor zwei Minuten. Ach. Kein Unternehmer halt noch nicht loben. Ist okay. Bin nicht beleidigt. Boah. Ich habe mich reinwerfen müssen. Interessant. Ha. Ha. Nein. Ich nehme den mit drauf. Oh, haue Erden, wenn er gut gepasst hat, dann im Nachhinein noch. Uff. Oh, mich schaut's so doll aus. Hat mir mein Leben gekostet. Oh. Oh, ich glaube ich hab richtig zerstört. Leider keinen Post bekommen. Brauchen wir nicht. Was? Mach ihn rein. Nein. Unglaublich. Was die da halten. Oh. Ist mir trotzdem einer. Ich habe nichts. Oh. Was die da schon gehalten haben. Ich habe. Oh. Bin schon bereit für eine Toilettenpause. Unnötig gehupft. Eindeutig unnötig gehupft. Sehr schön. KKJ. KU. Äh. Ignatzen. Rage quittet. Das heißt wir siegen. Das heißt Episode vorbei. Ähm. Ähm. Nichts noch einmal spielen. Schauen wir mal wo man eingeht. Wo man im Rang sind. Ja. Ja. Okay. Bleibt so. Dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.